Abkommen unterzeichnet Am Donnerstag einigten sich Bangladesch und Myanmar auf eine entsprechende Vereinbarung. Seit August sind über 600.000 Rohinger aus Myanmar nach Bangladesch geflohen. Nun soll ihnen die Rückkehr ermöglicht werden. Myanmar's de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi und Bangladesch Außenminister Apul Hasan Mahmoud Ali haben sich bei einem Treffen auf die Rückkehr der Vertriebenen geeinigt. Bei der Zusammenkunft in Nebida, der Hauptstadt Myanmar's, unterzeichneten beide eine entsprechende Grundsatzernigung. Ein ranghoher Vertreter des Myanmarischen Ministeriums für Arbeit, Einwanderung und Bevölkerung wollte keine Details nennen. Damit blieb unklar, wie viele Flüchtlinge nach Myanmar zurückkehren sollen, seit August sind mehr als 620.000 muslimische Rohinger von Myanmar nach Bangladesch geflohen. Die Flüchtlinge leben dort in riesigen, überfüllten Lagern. Der Außenminister von Bangladesch sprach vor der Presse von einem ersten Schritt. Myanmar werde die Rohir zurücknehmen. Jetzt müssen wir mit der Arbeit beginnen. Myanmar und Bangladesch haben eine Grundsatz-Einigung zu Flüchtlingen unterschrieben. Quelle, Myanmar-Information-Ministry-ab-deutsche-Presseagentur Der seit Jahren andauernde Konflikt in Myanmar war Ende August eskaliert, als Rohir-Rebellen-Soldaten und Polizisten angriffen und Dutzende Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit brutaler Gegengewalt. Die UNO, die US-Regierung und Menschenrechtsorganisationen sprechen von ethnischen Säuberungen. Die Führung von Myanmar bestreitet, dass Gräuelt hätten an der muslimischen Minderheit der Rohir begangen wurden. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.